ich hab dir ein sack hingeschmissen aber dann darf es liegen ich hoffe ihr habt doch platz im inventar nicht viel oder kommen gleich bücher okay dass ich mal das verkohlte dann ist das weg unser eigentliches glückzeit ist jetzt ja keine ahnung das eigentliche ziel haben aus den haugen verloren fährst du strada gerade im mini schatz immer kurz hier die kommen gleich bücher bergbauwert zeige verursachen ja das kannst du auf jeden fall weil das kann ich nehme ich nicht vehicle vehicle ist auch für dich landhaber genauigkeit beim schießen okay medizin können wir gerne gehen alle ist die langweilig das würde ich sein oder soll ich das mit dem fahrzeug waffenbogen schießen die kunst des bergbaus melasse von diesem jahrhundert rezept der melasse das schmeiße ich mal hier raus es ist für euch für dich das kenne ich schon genau da genau mit gelände das ist melde glaube ich gelände fahrzeug also das bist du aber das haben wir alle schon von daher also das ist eher was für euch hier das ist eine mod oder was meinst du das dann um alt gewähren das ist das schon da nächstes mal höher werden der axten mord ist das so gut werden aber ja okay in schulen wenn der fahrzeug auch du vehicle da kriegen und so das ist gar nichts für mich dabei die kenne ich schon so dann können wir die wahrscheinlich verkaufen du hast mir irgendwas hingeschmissen habe ich habe jetzt alles von vor vor dings ok gut dann gehen wir jetzt fahren wir zum händler ist ein kinder garten dazu ja okay da habe ich schon gelernt wir müssen mehr von diesen wer oder die schmiede kommen nicht sehr weit deshalb wollte ich dann muss ich in die nächste größere stadt wahrscheinlich dort so briefkästen aber durch unsere quest und so kriegen wir es auch irgendwann das habe ich gesehen ja noch mal oh nein hat nicht geklappt super warte mal ich muss erst mal kurz ausladen werkzeuge ok warte ich hole es gleich noch eine brille wahrnehmung plus 1 genau sage ich doch was hatte das hat mir alles nicht sogar ein jagdgewehr ein jagdgewehr ist sowas ähnliches wie ich habe mit einer patrone und dann kannst du mit dem zielfernrohr weiter raus gucken musst du mal ausprobieren dass ich sage mal so scharfschütze aber habe ich denn dafür munition erste 762 ja genau so ach jetzt würde ich auch eine eiserne feuerachs hier bekommen die stufe 2 die habe ich jetzt aber schon von euch bekommen dankeschön was nämlich denn das ist jetzt alles nicht so fertig und fertig und fertig hat zeitschriften pakete nämlich das mit ok nämlich mal einiges ins auto gepackt oder wie ja du willst von hier aus noch mal los 20 uhr ist ja ich wollte kurz falls wir jetzt zum beispiel jetzt habe ich was bekommen sonst hätte ich keinen platz gehabt befallene beseitigt 1,2 km das wird mich mal interessieren das nenne ich mal mit das interessiert mich mal säubere das gebiet säubere das befallene gebiet ok so jetzt muss ich das mal kurz öffnen was haben wir denn da knüppeln was haben wir da oh das ist noch was für dich mario genau danke bitte bitte tschüss enter bis zum nächsten mal tschüss tschau tschau bauplan waffen äh hast du das schon oh das weiß ich nicht wie viel man davon lesen kann was bist du denn eigentlich ich bin gerade noch mal drin da das da weg das da weg wir haben das 20 29 jahre dann verkaufe ich mal die federn wasserfilter hier sind wasserfilter eine komponente die bei der fertigung eines tausers verwendet wird ok es kann nur einer sie ansprechen diese person ist beschäftigt ich kann nicht in ihr inventar rein das ist ja böse musst du was verkaufen mario ich wollte federn verkaufen ja kaufst du das da gleich mit die kann ja ok ja die habe ich gerade die gibt 105 äh dinge ins boom tschätzi kann ich dir was geben ja schmeiß hier raus ja und melle kriegt gleich noch was von mir für ihre ak glaube ich das könnte was werden verkaufen was wollte ich eigentlich was wollte ich ach die federn verkaufen so äh da weil achso äh was kannst du ich glaube die kannst du in die ak reintun das ist ein magazin vergrößerungs mod ich kann sie nicht in meine doppelläufige schrotflinte rein weil doppelläufige schrot aber ich denke in die ak wird es reingehen ins jagdgewehr auch nicht aber da habe ich schon was drin was habe ich denn da feuerstoß mod und ziel warte mal darf ich mal die mod handel hast ich will mal ausprobiert die bei mir reinpasst kann sein ob das bei mir reinpasst die pistole kann die reinpassen aber du hast sowieso schon 30 schuss okay also bei mir geht es gar nicht rein nee also ich denke mal die geht für vielleicht und sowas halt pistole habe ich es auch nicht rein kriegt auch mal die laser zielhilfe mod raus genau macht die mal raus und dann machen wir das vergrößerungsmagazin rein schmeißt ja wenn sie schließt schmeißt sie uns eigentlich raus aber es macht nichts okay wir haben ja alles fahren wir von jetzt aus nach hause oder zum säubern lass uns kurz nach hause fahren ja dann kurz den wagen lernen ich nehme mal alles mit was ich kann okay okay der bürger der bürger der bürger b um der fahrrad den oa das dann Prozent nö alles gut Prozent wir wollen also hören wir wollen wir können aber so Ich färbe schon ab. Dann wird auch noch mal Jetzt schließe. Nee, 22 Uhr. Jetzt sagt sie bloß, dass sie irgendwann in einer halben Stunde zumacht. Genau. Alles entspannt. Botali Isli. Meine Rüstung ist schade. Ja, musst du mal gucken, was du für eine Rüstung zum Reparieren brauchst. Brauchen sie Nadell und Fadenfleisch? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Oh, das ist ein Loch. Oh mein Gott. Was ist denn her? Ich dachte mir, da kann ich es hinparken. Das stört an ihm. Tag 7. 21.58 Uhr. Gott, sieht das leer aus hier. Ja, ein bisschen. Okay, was ist denn da? Ach du Schande. Ich mach mal Licht. Au ja. Aua. Aua. So. Bies. 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 Okay, dann mach ich da jetzt rein. Achso, ich habe jetzt eine zweite Feuerachs. Sie können, kann sich einer von euch stibitzen hier. Kann ich sie nicht einfach als Päckchen rausschmeißen. Du weißt nicht, wie ein solcher Tier. Wir brauchen hier eigentlich noch ein paar Kisten, wo wir einfach erstmal reinschmeißen. Kann ich keine Kiste bauen? Wenn du Nägel hast oder Holz und Nägel? Nein, wenn du Holz hast oder Holz und Nägel? Holz rechts. Hab ich, Holz hab ich. Nägel hab ich. Nägel links. Wir sind hier links. Siebzehn Stück. Äh, da rein. Alter, ach, die Coins. Die Coins. Ah, Goldklumpen. Hui. Beschreibbare. Aufbewahrung. Genau. Ähm. So. Jetzt muss ich gucken, was kriege ich da rein. Verändern. So. So, dann hab ich alles soweit da. Moment, das da mal rein. Genau. Okay. Okay. Fuck die. Okay. Fuck ich die dann hin? Da. Entriebe. Ähm. Ähm. Brauch ich... Wir lassen... Das heißt, wir brauchen einen Kaffee und wir brauchen das da. Ich will seine Ordnung nicht durcheinander bringen. Mhm. Mario hat sich da so viel Mühe gegeben. Ja. Ich doch nicht. Ich schiebe ganz nach unten. So, hab ich eigentlich wieder Punkte. Ja klar, zwei Stück hab ich. Okay, warte mal. Da kann ich jetzt nicht, weil ich da nochmal einen Punkt machen müsste. Mhm. Ah, da gebe ich schon zwei Punkte für aus. Als Stoffsammlung, ja, da müsste ich aber da erstmal... Nee, dann mach ich erstmal... Hier, Haupt... Hauptadarm. Mhm. Ich weiß, ich weiß, ich hab doch Sachen hergerichtet für... Für? Ähm. Genau. Ähm, für Beetebau. Äh, ja. Äh, rechte Kiste. Rechte Kiste? Ja, weil das sind Kohle und Nitrat unten rechts. Äh, unten links, Entschuldigung. Ach, da unten. Weil die hab ich bei mir nicht wirklich drinnen gebraucht, ja. Das ist auch sowas, was ich mein, die ist halb in dieser Wand drin, ne? Eigentlich dachte ich, es gibt so einen Kollisionsschutz irgendwie so, aber... Ja. Ach so, halt, nein. Hab ich da noch Platz drinnen? Nein, da nicht. Ist das so... Da noch Platz drinnen? Ja. Hm, naja. Ich hab eine Doppeltaschen-Mod bekommen. Ach, das ist immer gut, ja. Ja, sowas ist immer gut. Brennende Schaft-Mod. Können wir da mal reinpacken, genau. Gedämpftung. Ja. Okay. Gut. Ja, jetzt fehlt mir halt noch so eine... Am besten so eine Eisenspitze-Hacke, ne? Dann könnte ich da schon echt durchdüsen. Mal gucken. Ach so, warte mal. Eines sammelt der Erste-Hilfe-Verbände. Nee, auch noch hergestellt. Okay. Weil irgendwann mache ich die in dem Apothekentisch da. Das ist nicht. Mhm. Ich lerne ja schon fleißig. Ja. Ja, ja. Warte mal trinken, wollte ich noch. Pflaster, Steine. Oh. Okay. Mhm. Da sind nochmal Pflaster, Steine, nehme ich auch mit. Und geht da nochmal aufwerten. Ja. Ey, ist dran. Der Rapper hier. Oh. Ist Rapper. Okay. Naugigkeit aus der Hüfte, blablabla, blablabla, blablabla. Nee. Nö. Nö. Aber das verkaufen wir, das verkaufen wir auch. Ja. Schepp. Dann still. Jetzt muss doch irgendwo gut sein. Mhm. Ich bin nicht. Ja, bitte. Oh, level 23. Gut, gut. EZ. Also das ist es auch nur noch Deko. Achso, lass mal gucken. Wenn man das anklickt. Reparieren. Was fehlt denn? In diesen Gegenständen reparieren zu können. Und was brauche ich? Reparatur-Kit. Ja, die haben wir doch. Und das bei der Lederkapuze. Also denke ich mal, wird das bei allen so sein. Dass du ein Reparatur-Kit brauchst, Melle, du hattest doch was gesagt von deinen... Sachen sind so kaputt. Ja, ich bin gerade am Reparieren. Das ist mein T-Shirt, was völlig am Arsch ist. Ja, aber kann man das überhaupt reparieren? Nee, kann man nicht. Leider nein. Dann ist ja gut. Also, bedingt gut. Ich bin bloß auf den Paraturp. Auch wieder einpacken. Das bist du doch bei der Base. Ja, okay. Danke gerade. Gut. Alles wieder auf den Verpacken. Werkzeuge. Eisen, Eisen, Spitzhacke, Eisen, Spitzhacke, Eisen, Spitzhacke. Bitte, 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 bitte. Und, und, und. Nein, eine Eisenschaufel. Bei uns in der Base ist klar, ach, die Tussi ist durch das Loch durch. Ja, verstehe. So, nicht, junges Fräulein. So, haben wir nicht gewettet. Gehen Sie von meinen Beeten weg, aber sofort hier. Kannst du knicken. Ja, da war das Tür. Jawoll, ja. Moment, das ist schon so lange her, dass ich gebaut habe. Du hast Ressourcenkiste bekommen. Ja, da waren mechanische Teile, kurzes Eisenrohr und 50 Pflastersteine. Irgendjemand brauchte doch 50 Pflastersteine. Ja, ja, die bin ich gerade hier voll am Ressourcen. Kannst du in der Base mal in die Kiste packen. Genau. Ach nein, Melle. Oh, warte mal, verteile ich mal kurz den Punkt. Genau, Handader, machen wir das schon mal? Ach, erzähl es doch. Oh, look at you. Nein. Gut. Ich hab was hingebaut und was sich aufbessert und hab das... Sieht doch gut aus. Hast den Clownhammer? Ja. Ich brauch Pflastersteine. Warte. Ja. Hab sie ja noch hier. War ja noch nicht in der... In dem Bums drinne. Pflastersteine. Theoretisch Lehm und kleiner Stein, aber... Ah, doch. Aber das könnt ihr auch herstellen, oder? Pflaster? Pflastersteine? Ja, die können wir alle. Okay. Ja, gut. Stein und Leben. Oder Lehm und Stein. Kann ich die hier eigentlich abbauen? Ja, kann ich. Oh, ja. Oh, warte mal. Also Schaufeln haben wir, die kann ich zerlegen. Ach so. Was ist denn 1,5? Begib dich zum Sammelfunkt, ah, abgift. Genau, das ist da, wo wir die Erleuchtung finden. Ah. Maybe. Ich finde das so toll, dass die Lampe hier schön leuchtet in der Nacht. Das ist schon schön. Schon schön. Gefällt mir richtig gut. Muss ich mal so sagen. Ja. Ah. Cool. Pflastersteine. Höhen. Was man nicht so alles findet in dem Lager hier drüben drinnen. Wenn man so die Sachen abbaut mal. Leben. Das ist nix. Wozu haben wir denn dieses tolle Haus hier, wenn nicht dafür? Was braucht ihr eigentlich alles für Munition? 7, 6, 2 und 9 Millimeter. Ich nehm grad alles. Ah, du hast gleiche wie ich's. Genau. Ja, ich hab, ja, genau. Ihr habt ja da so. Ich hab halt nur keine AK. Die hab ich zwar auch benutzt, aber ich dachte mir, bei dir ist sie ganz gut aufgehoben. Äh, 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 die Tür ist zu. Ja. Zack. Bisschen Ressourcen sammeln hier. Bisschen Luft reinlassen und ein bisschen Licht. Äh, brauchst du in dem Haus hier drüben Toilette und sowas noch? Und wer ist denn? Äh, wo ich drüben bin gerade? Aber ich seh dich grad gar nicht. Ach so, grad rüber von der Garage. Das hohe Haus da so. Ach das. Was wirst du da wegmachen? Äh, na, ich würd sie abbauen wegen den Ressourcen. Wer denn? Was denn? Ich hab nicht verstanden, was du abbauen willst. Ach so, die Toilette. Also alles, was hier so an Sachen sind, wo ich was rausholen kann? Nee, das kannst du wegmachen. Okay. Das ist gut. Danke dir. Genau. Ich weiß noch nicht, was ich aus dem Haus mach. Aus dem Kleen hier wird auf jeden Fall unser Zuhause. Ja. Das ist gut. Aus dem kleinen Häuschen. Da krieg ich was hin. Aus dem Haus. Äh, äh, äh. Aus dem Haus weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich. Wie heißt das? Wahrscheinlich. Werkstatt oder sowas. Oh, hört sich gut an. Ja, aus dem Haus. Das stimmt. Das stimmt. Wie sieht sie nach Werkstatt aus und das andere weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, was das werden ist. Munitionslager. Keine Ahnung. Weil die Garage wird ja auch irgendwann so klein, oder? Wie viele Autos haben wir denn gehabt? Mhm. Also drei Autos nehmen wir später auf jeden Fall irgendwann. So, ich sehe ihn. Wie die Schau wieder duscht. Vergrößter Gewehrlaufmod. Okay. Das kommt, glaube ich, auf Schrottländer, oder? Ja. Nee, Jagdgewehr steht hier drauf. Ach so, ja, okay. Öcan, Reichweite und Zielgenauigkeit. Ah, okay. Oh, nice. Ja, aber das männlich-weiblich-Symbol, das lasse ich mal hier. Das ist jetzt schön. Das kommt gut. Nee, Amerika-Flage kommt definitiv raus hier. Da kenne ich ja gar nix, ja? Ja. Ja, wäre toll, wenn der klotzt. Irgendwie. Ja. Ich weiß noch nicht, wo ich denn hin tue. Hm, super, du es weißt, machen wir es einfach. Ja. Genau. Outside. Ja, da mal reingucken. Nee. Nee, okay. Ja, ich muss warten mit Spitzhacken, wenn wir so weit sind. Dauert ewig, gell? Ja, weil wir jetzt diese Bücher finden müssen für diese Schmiede und dann diese Arbeitsstation. Das ist, ähm, ja, da brauchst du jetzt ein bisschen, äh, mühselig. Genau. Solange wir die Schmiede nicht haben, kann ich natürlich auch unsere Horden-Base nicht fertig machen. Ja. Weil die zu Holz klappen, die werden uns nicht ausreichen. Genau. Deswegen würde ich einfach nochmal diese, ähm, die nächste Quest jetzt machen. Ah, Bücher. Blöde Frage, brauchen wir diesen Generator hier in diesem Raum? Nein, oder? Der so Krach macht. Nein, brauchen wir nicht. Gut, sehr schön. Hoffentlich geht es, weil dann würde ich versuchen, den nämlich abzubauen. Vielleicht ist es dann wirklich leiser. Äh. Okay. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Dieses eine hier verbessert die Fertigkeit von Fertigen von Erntewerkzeugen. Achso, von Werkzeugen. Äh, na, das ist die, ja, die Fertigung. Also, das Herstellen quasi von Hauvel oder Fertigen. Ähm, guttisch. Okay, das war voll. Da geht, glaube ich, doch, da geht auch was rein, aber nicht das. Ähm, da ist schon drin. Ah, muss repariert sein. Oh, Manu. Da auch schon drin. Das ist eigentlich ein Kühlmaschenmod. Achso, ja, Pätze Widerstand, genau. Wüste. Wüste. Okay, ich habe hier eine Mod, die packe ich euch mal da in die Mod-Kiste. Was ist das für eine? Ähm, das ist eine Rüstungswerte erhöhen. Die kann man in die Rüstung entpacken, weil meine Slots sind da voll. Gucken wir noch eine strukturelle? Nee, haben wir nicht. Okay, wollt ihr dann gleich nochmal? Ja, ihr kommt mit. Ja. Ja, und ich sage es gerne nochmal. Ja. 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 Okay, Mario. Munition. Na, 9 Millimeter, okay. Okay, die Pfeile. Also Pfeile benutzt ja keiner mehr von uns, ne? Nein. Kannst du zerlegen. Ich habe jetzt auch mein Ding zerlegt, endlich. Da hat es Dietrich ja in dieser Rouge-Gekiste. Okay. Dann packe ich die mal ein. Ach, da ist die Rouge-Gekiste, genau. Ja, dann packe ich die ein. Ich habe Schriften Rouge-Gekiste. Wir gehen, kann ich nur geschwind nochmal im Kleen gucken? Ja, mach das mal, genau. Hm.